Überzeugen Sie sich in den kommenden drei Minuten selbst davon, wie einfach es ist aus Sonnenenergie Wasserstoff zu erzeugen, diesen sicher zu speichern und später daraus wieder elektrische Energie zu erzeugen. Es ist keine aufwendige Elektronik erforderlich. Abhängig von der Höhe der Sonnenenergie wird mehr oder weniger Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Beides wird getrennt voneinander in den Glasbehältern gespeichert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ebenso einfach wie mit dem Modell funktioniert grundsätzlich die Erzeugung von Geräte. Eine unendliche Energiequelle als klimaneutraler Ersatz für die fossilen Brennstoffe, Kohle, Öl und Erdgas. Das Buch zu einer spannenden Geschichte und zur abenteuerlichen Reise von Modell und Video durch 1001 Nacht findet sich unter den folgenden Link.